Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tobias Hoch hat ein Video gemacht. Uiguren, die schmutzige Rolle Katars. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Geht wohl auch gegen ABK, Heikel, ApoRed und so weiter, die jetzt nach Katar geflogen sind. Sich aber immer darüber beschweren, dass keiner über die Uiguren redet. Ich bin gespannt. Hoch! Ja, hallo liebe Freunde der Doppelmoral. Das ist ein neues Video. Hoch, das wusste ich nicht. Da gab es länger nichts. Das letzte Video ging über die Planung bei einem Atomschlag in Großbritannien. Die Rede der Queen. Und jetzt geht es um das Thema Katar. Die WM ist gerade zu Ende gegangen. Stadion ist wieder aufgebaut. Ich weiß noch nicht, wer gewonnen hat. Denn dieses Video nehme ich am Samstag auf. Und ja, wir müssen mal ein bisschen Klartext reden. Im Kontext der WM sind diverse Influencer aufgetreten und haben Katar verteidigt. Darunter zum Beispiel ApoRed. Dazu wird es auch noch ein gesondertes Video geben zu dem Verhalten der Influencer. Es ist jedenfalls sehr auffällig, dass ApoRed jetzt fast Werbung für Katar macht. Und vielleicht, das muss er mal erklären, einen Werbevertrag mit dem Emirat bekommen hat. Und ähnlich ist es ja auch bei ABK oder Heikel. Alle drei sind nach Katar gereist und haben sich nicht besonders kritisch mit dem Land auseinandergesetzt. Unter anderem ist bekannt, dass Katar zu den Hauptfinanzierern der Terrorgruppe IS gehört hat. Diese Truppe muss gestoppt werden. Vor allem die finanzielle Unterstützung aus Saudi-Arabien, aus Katar, aus der Türkei muss gestoppt werden langfristig. Dafür habe ich natürlich Quellen. Unter anderem den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, wo ich auch gerne die Zitate in diesem Video einblende und unter dem Video alles verlinke. So allerspätestens die Türkei sei der und Katar dazu zu drängen, den Geldfluss zu kappen, kam es mit Regierungen dieser Länder zu einem jahrelang Tauziehen über die mögliche Bildung einer militärischen Allianz gegen den IS. Krass eigentlich, ne? Katar hat sich auch geweigert, die UN-Resolution 2170 umzusetzen. Die besagt, dass der IS als Terrorgruppe einzustufen ist und dass diese Staaten die Finanzierung und das Werben für den IS, also Darsch, der islamische Staat, unterbinden. Katar hat sich dahingehend geweigert. Und das ist ja ausgesprochen, wie man sagen, auffällig, weil Katar normalerweise solch eine Toleranz nicht an den Tag legt, wenn es um andere Themen, Werben für Gruppierungen geht. Krass eigentlich, ne? Wenn man da wirklich mal so drüber nachdenkt. Und so ein ApoRed oder ABK fahren dann einfach dahin, in so ein Land, was einfach mal so Terrororganisationen unterstützt. Ja. Ja, ja, das ist auch krass eigentlich, ne? Das war auch bekannt für die Unterstützung der Terrorgruppe Hamas und anderer terroristischen Gruppierungen. Aber beim IS war es besonders auffällig, dass Katar sehr passiv war, beziehungsweise fast schon passiv-aggressiv pro ISIS. Dazu hat sich auch bisher kein Influencer geäußert. Ich verlinke euch dafür selbstverständlich die Quellen beim Bundestag, beim Wissenschaftlichen Dienst und bei der Gesellschaft für bedrohte Völker, die auch so nett war, mir Informationen zur Verfügung zu stellen. Vieles davon wusste ich schon. Und jetzt geht es um die eigentliche Doppelmoral, die Thema dieses Videos ist, und zwar der Umgang mit den Uiguren. ApoRed zum Beispiel hat ja ein Video gemacht, wo er anderen Influencern, YouTubern Doppelmoral vorwirft, weil sie sich nicht zum Leid der Uiguren äußern. Da hätte ja ABK ein Video gemacht übrigens, natürlich auch KuchenTV, MrWissenTogo und so weiter. Ein sehr gutes Video, ist aktuell von Maestro erschienen, das könnt ihr gerne nachschauen, ich habe es auch unter dem Video verlinkt. Ja, würden diese Influencer das Leid der Uiguren ernst nehmen, dann würden sie in diesen Kanon mit einstimmen mit der Kritik an Katar. Dann würden sie auch nicht nach Katar fliegen oder sogar, wie ApoRed, de facto für das Land werben. Und zwar ein paar Fakten dazu, ist auch wieder drunter verlinkt. Katar gehört zu den Ländern, die die Kommunistische Partei Chinas öffentlich für den Umgang mit den Uiguren unterstützen. Die Liste ist unten drunter, die blende ich ebenso ein, die Liste der Unterstützer. Aber da sind auch Länder drauf wie Pakistan, Palästina, Venezuela, ja, das war 2000... ...Nordkorea. Junge, krass eigentlich, ne? Junge, alleine mit diesem Fakt hat er die alle komplett hops genommen. Also wenn das wirklich stimmt und Katar das ja quasi unterstützt oder gut findet und die dann trotzdem da hinfahren, aber dann sagen so, ja, euch sind die Uiguren ja egal, ist das halt, ist das ein sehr kranker Punkt. 2019, da gab es eine ganze Menge öffentliche Kritik, das war die Liste der Schande. Und Katar ist dann auch vor dem Hintergrund der kommenden WM so ein wenig zurückgerudert, hat die öffentliche Unterschrift zurückgezogen, aber ist weiterhin riesiger Unterstützer der Kommunistischen Partei Chinas, ist Partner Chinas und unterstützt absolut aktiv den Völkermord an den Uiguren. Woher ich das weiß, es ist ganz einfach, es gab nämlich im Oktober diesen Jahres im UN-Menschenrechtsrat eine Abstimmung. Da ging es darum, ob man die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren öffentlich und offiziell untersucht. Wer gehörte wohl zu den Ländern, die diese Untersuchung blockiert haben? Nicht nur Pakistan und Venezuela, sondern auch Katar. Digga, es ist, ich find's so krass, ich find das so krass einfach, wie heftig sich so ein ABK oder ein ApoRed damit einfach selbst zerstört haben. Das müsst ihr euch mal überlegen, in Videos zu tun, als wären einem die Uiguren wichtig und dass man sich ja dafür einsetzen soll und dann selber in ein Land fahren, was das aktiv unterstützt. Ey, das ist, also wirklich, es ist so schade, dass Tobias Hoch keine so riesen Reichweite hat, weil wenn das Video viral gehen würde, Alter, dann aber tschüss, dann aber wirklich tschüss. Das ist so krass, wirklich, also wie kann man sich da so heftig selbst widersprechen? Schade, dass ich bei diesem ganzen Thema da nicht so, nicht so wirklich drin bin, sonst hätte ich das damals schon in mein ApoRed Video reingetan, aber das war mir tatsächlich auch gar nicht bewusst, um ehrlich zu sein. Aber ich find das heftig. Und deswegen ist es sehr knapp ausgegangen. Es war ein Vorstoß der westlichen Länder, die gesagt haben, wir müssen das untersuchen, was dort passiert. Die Konzentrationslage, die Vernichtung dieser Menschen, Sterilisierungen, Massenvergewaltigung, Verschleppung, Inhaftierung, Zwangsarbeit und so weiter. Ja, und da hat Katar gesagt, nö, das leid der Uiguren, interessiert uns nicht, China vernichtet sie doch bitte. Also zumindest so salopp gesagt. Das lässt das Auftreten diverser Influencer und YouTuber doch ein wenig anders erscheinen. Wenn sie sich doch so um das Thema Uiguren bemühen, würden sie niemals, aber wirklich niemals auch nur einen Fuß nach Katar setzen. Vor allem geschweige denn Videos machen. Wird man für die Kritik beschimpft. Es wird als Islamfeindlichkeit bezeichnet, wenn Rezo ein Video über Katar macht. Das ist schon eine sehr, sehr tiefe Doppelmoral. Und jetzt noch kleiner Funfact nebenbei und auch dafür alle Quellen unten drunter verlinkt. Und auch vielen, vielen Dank wiederum an die Gesellschaft für bedrohte Völker für die Quellensammlung. Wer hat wohl mitgebaut bei den Stadien in Katar? Ja, richtig. Ein Unternehmen, das auch die Lager in China baut, in denen die Uiguren untergebracht werden. Die Konzentrationslager. Digga, das ist ja noch besser, dass AVK da ins Stadion gegangen ist und das damit verteidigt. So, ja, das ist ja hier für Marokko war das halt einfach krass. Und die Firma, die wahrscheinlich die Stadien gebaut hat, einfach die gleichen sind, die auch Chinas Folterlager da gebaut haben. Digga, also, und sich dann beschweren so, ja, hä, warum sind euch die Uiguren denn so egal? Digga, das Video ist wirklich eine Zerstörung, muss man echt sagen. Also, das ist so ein krasser Widerspruch. So ein echt krasser Widerspruch. Weil das ist ja, gerade so deren Hauptargument ist ja wirklich halt zu sagen, so, ja, Katar, ja, guck mal, die sind ja gar nicht so schlimm, warum kritisiert ihr China nicht? Obwohl Katar einfach China ja so krass unterstützt und da solche Verzweigungen sind und denen das anscheinend egal ist einfach. Das musst du dir wirklich mal überlegen. Junge, Junge, Junge. Jetzt wisst ihr, dass Katar der Hauptunterstützer für die Vernichtung der Uiguren ist. Und könnt eure Rückschlüsse ziehen zu dem heuschlerischen Auftreten diverser Influencer und YouTuber. Ich werde zu diesen Influencern und YouTubern auch noch ein gesondertes Video machen. Das hier ist jetzt erstmal so in einem Zuge aufgenommen, de facto Quellensammlung, damit ihr euch mal selbst einlesen könnt. Und was sehr interessant ist, ist der Bericht der hohen Menschenrechtskommissarin. Die hat nämlich noch am Vorabend ihres Ausscheidens von diesem Posten einen Bericht veröffentlicht zu den Menschenrechtsverletzungen Chinas an den Uiguren. Die war da sehr unter Druck gesetzt worden. Ich verlinke euch den Bericht und wenn es klappt, verlinke ich euch sogar eine Übersetzung ins Deutsche. Und dann könnt ihr es euch in aller Ruhe durchlesen. Ihr werdet schockiert sein, was dort in China passiert. Und schreibt gerne mal unter dieses Video, was ist eure Meinung dazu? Ja, ich habe ja auch mein Video dazu gemacht. Ich finde es auch einfach echt krank, wie China da umgeht. Und finde es noch unfassbarer, dass wirklich so die Welt da einfach zuguckt. Das ist also, ich meine China generell sehr kritischer Staat auf jeden Fall, wenn man das so sagen kann. Noch irgendwie so halb nit ausgedrückt, falls sie doch mal in die Macht kommen, dass ich noch Chancen habe, nicht erschossen zu werden. Es ist wirklich krass, dass die ganze Welt einfach zuguckt. Und umso heuchlerischer ist es halt, dass die Leute, die so tun, als würden sie sich einsetzen, dafür halt genau das Gegenteil machen. Ist es heuchlerisch von Heikel, ABK und UppRed? Wusstet ihr davon? Und ja, welche Rückschlüsse zieht ihr da raus? Liked gerne das Video, abonniert den Kanal und ansonsten diskutieren wir auch gerne fast täglich live auf Twitch am Abend. Und ich hoffe, dass immer mehr Videos kommen werden mit dem Format Huch, das wusste ich nicht. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr, sehr starkes Video. Sehr, sehr gut auch geschnitten mit den Quellen und so weiter. Sehr nice. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Ja, ABK und Achmat und so werden sich dazu natürlich nicht äußern, weil dazu kann man auch nichts sagen. Ist ja alles mit Quellen belegt. Ja, deswegen wissen wir auf jeden Fall, dass man da nie wieder was von hören wird. Aber ja, ich hoffe, dass ABK ein 30 Minuten Video gegen mich raushaut, weil das ist schon mal ein guter Punkt. Den nehme ich auf jeden Fall mit.